Das Gleichgewicht zu halten und ein gutes Körpergefühl zu haben ist sehr wichtig für den Wurf. Diese Übung mit der Standwaage vor dem Wurf soll das Körpergefühl und das Gleichgewicht trainieren. Wie immer zeigt der Änderung zum Korb und das Handgelenk klappt locker nach. Wir fangen nah am Korb an und gehen in kleinen Schritten weiter weg. Bis zum nächsten Mal!